Da sind Sie ja, mein liebes, liebes Kind. Ich war ja schon so neugierig auf Sie. Mein Sohn hat schon so viel von Ihnen erzählt. Endlich sehe ich Sie. Bitte nehmen Sie doch Platz. Entschuldigung, aber eigentlich war ich ja gerade schon wieder entgehen. Na gestoß, jetzt kannst du nicht wieder gehen. Denn Mami ist jetzt, kann sie nicht gehen. Nein, 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 Sie müssen bleiben und mit uns über alles reden. Über was denn? Wir haben doch so viele gemeinsame Berührungspunkte. Ach so.